herzlich willkommen zu einem brandneuen video heute habe ich hier mal neues spiel ausgekramt ich habe sie schon mal eingespielt bin schon bei 10 und sehen kann ich nicht weiter ich habe ich finde generell als erst mal das hier ist ja nicht übelst gerne grafik es ich war ja für nicht bezahlt das so ich bin wirklich gut so spielen ist es so jetzt sehen wir hier wie strecken sind einmal von da und einmal von da und die gehen ab in diesem loch dahin und das müssen wir eben hinkriegen sie zu vermeiden als bevorste hingehen zu zerstören so da oben das war jetzt ein falscher schluss da oben zum beispiel jetzt können wir hier beim und jetzt sagt schießen wir dahin und können diese ganze reihe zugesagt damit auslöschen so jetzt habe ich eine bunte das war hier gut so jetzt habe ich hier genug zeit da habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun rot und das ist das ganze zeit du musst gucken nur dass die nicht dahin gehen so was das gerade war mal glück das gleichzeitig auch nach links gucken und das ist jetzt gut weil jetzt habe ich genug zeit so viel wie möglich kaputt zu machen und das ist jetzt gut weil jetzt habe ich genug zeit so viel wie möglich kaputt zu machen und wenn man so was sie gerade ich hatte dass man mehr auf einmal machen kann würde ich sofort abschließen weil dann hat man mehr zeit sagt jetzt habe ich den vorteil mehr auf schaffen und wenn die hier das sind heißt es ist schon bald zu sagt da habe ich jetzt nicht mehr so viel zu tun dann nein das ist doch scheiße der schluss verblüht da weg da ist er weg weg damit weg damit weg damit weg damit das ist knifflig den schließe ich dahin jetzt ist es knifflig gelb und das ist game reset noch eine runde die strecke wissen kennen wir ja jetzt und die das ist kein baller spiel weil die meisten decken dann meist aber wenn hier so waffen sind würde halt solche ähnlichen ich sehe nicht aussehen direkt das ist ein baller spiel ist ist eigentlich gar nicht dass er so eine art konzentrationsspiel zack zack weg damit weg damit da unten ist übelst gut baum richtig wie abgekenscht da jetzt 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 4 3 5 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 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 6 7 7 8 7 8 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 11 10 11 12 12 13 15 15 Was sieht man jetzt? Ah, ich muss das machen. Gut, jetzt ist es egal. Herstellen. So. Hashtag. Team. Banner. Banner wählen. Speichern. Offen. Nein. 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 Zwei. Drei bis. 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 Jetzt müssen wir weiter machen. Hier geht's vielleicht. So, jetzt geht's wieder. So, wir haben ja hier. Wir haben uns verbessert. Wir haben hier. Und das war besser. Ja. Und das ist besser. Und das ist besser. Wo steht's? Sportform. Geil. Den wähl ich direkt doch. Hier ist echt mit ein bisschen was ausbauen. So. Als erstes tu ich alles irgendwie platzieren. Und dann tu ich alles einzeln verbessern. So. Jetzt verbessern. Geh. So. Und wir wollten ja unser Imperium, wenn's geht, ein bisschen vergrößern. Bauen. Los. 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 Und verbessern's. Jetzt müssten wir's eigentlich auch bauen können. Und dann Da wird noch rausgehöhlt. Dann tu ich mal jemanden angreifen. Schloss. Ja. Nur so kurz. Jetzt... es hat Geist nur 42 Sekunden. Jetzt gucken wir mal, ob es wirklich zum Beispiel 42 Sekunden ist. Ich will nur eigentlich nur seinen Kost. Ich werde das auch ziehen. Angreifen. Ausreden. So, da geht's los und da greift jetzt da jemanden. Wir haben jetzt schonmal einen Geifer und wir haben Sachen gesammelt. Das ist schonmal gut. Wir können auch so machen, dass wir auch mal zusammenspielen. Wenn ihr das Spiel auch habt, schreibt mir euren Namen rein. Inventar. So. Wie jetzt das so einfach durchläuft. Es juckt ihn halt gar nicht. So. Vielleicht kann ich ja mit ihm so zusammen kontaktieren. Ich hätte es doch cooler gefühlt, wenn man das so verschieben konnte. So. 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 Entweder es gehört jetzt uns. So. So. Entweder es gehört jetzt uns. So. Jetzt guck ich's mir mal. Hält mich richtig gut an. Noch ein Spiel haben, was ihr noch nicht kennt. Das werde ich euch jetzt auch noch zeigen. So. 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 ist es 20 uhr 14 er ist ganz schön spät dran wahrscheinlich heute heute werden auf jeden fall vielleicht wenn alles gut läuft drei folgen online kommen so jetzt habt ihr wieder ein bild wenn ihr einen ich mag ja mein team und ich werde mal richtig cool wenn alle team alle leute die ich war irgendwie abonniert haben unten in die kommentare mal einfach ab ein kommentar da lassen und dann einfach mal alle ersten oder paar kommentare die ersten drei werden dann im nächsten video gegrüßt und das sind wir schon im spiel ich mache mal ein bisschen audio so kampf ist eigentlich so ähnlich wie clash royale nur eben dass man so andere charaktere hat andere leute und so das finde ich an sich echt echt geil warten und warten und warten ich werde das hier einfach mal so aus spontan sicht das erste ist immer vorgegeben nicht direkt was man kann schon ändern aber ich setze mal so wie es mir vorgegeben wurde ich werde es hier und gibt es den ersten hier und ich bin ansichten so jetzt bin ich habe mir eine bestimmte taktik in der zeit aus wo ich das immer gespielt habe die taktik war nämlich von denen ein paar und von anderen das jetzt läuft schlecht sehr schlecht ja Jetzt achten wir mal, dass wir jetzt gewinnen. Der sieht recht komisch aus, der Hexenmeister. Aber der verliert auch gerade recht gut Leben. Dann werde ich verlieren. Oder? Ja. Oh. Ich färre hier gar nicht mehr auf dem Show. Als ob der das jetzt noch macht. Der hat es einfach noch gemacht. Das hätte ich nicht gedacht. Dass der das alleine schafft. 4, 3, 2, 1, 0. Da ist er. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ob wir damit eine Chance haben. Ich stehe hier mal wieder in die Perspektive. Wir haben bis jetzt gut verkackt. Von wem war das jetzt die Ulti? Und geht's noch. Ja. 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 Ja, das ist doch der. Storke sind immer gut. Den setz ich. Den wollte ich eigentlich noch kommen. Wieso hat der da alles dahin? Die gehen noch so, dass du alle da ineinander seid. Hier wird gut gefeiert. Aber dadurch, dass ich die gut in der Abwehr habe, glaube ich, bis jetzt. Hier, der stirbt. Hier ist sonst niemand bis auf den da. Niederlage. Ich brauche recht starke. Ja, der sieht aus, als hätte er was drauf. Ja. 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 Ja.